Sie haben mir geschlagen Nein mein Pasi Nein hab ich nicht, ich hab dich ja nicht überrührt du Vogel Ja ich hab Schaden bekommen Ich hab gesehen wie du nach mir geschlagen hast Ich schlag die ganze Zeit Ich treff aber mit Absicht niemanden Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, da triss es sein Ja Florian ist gut Äh was? Ziemlich laut Ja wir haben jetzt Besuch Und zwar Kennst du eh nicht René und seit du mal leise, dass es auch Besuch Tja aber mein Gott, den konnte man nicht hören Weil wie die Aufnahme noch nicht gestartet haben Nein Ja, nee, noch nicht gestartet Doch, nein Ich hatte Renés Besuch sowieso nicht gehört, auch vor der Aufnahme hat dich, den nicht gehört Die, wir mussten in der Klärung, was Mike Verpfiff ist Achso, ja Und das versteht immer noch nicht, warum wir das spielen Die wohnen bestimmt hinterm Mond oder so Nichts gegen deine Bekannten oder was weiß ich das Nein! Pasi, du hast verkackt, mach mal bitte Tag Ist doch noch voll Tag, ey Okay Jetzt geht die Blutsjab Können wir nicht aufhören, das hat doch keinen Sinn mehr Dann pass ihn wieder bis Viertel vor Ey, ich halte aber bis dahin nicht aus Ja, dann bleib die ganze Zeit stehen oder so Was soll ich, ich mache irgendwas Okay, ich bin wieder hier Super Ich check nicht, was ich da machen muss Ich check es einfach nicht Alter, ich halte es nicht aus Nein, ich halte es nicht aus Du kannst ja ein bisschen die Map angucken Oh Gott Ein kleines Spaziergang gemacht Geht was scheißig Der Mapersteller ist so schwul, ne? Der Challenge-Ersteller Der Sprungersteller hier In diesem einem Sprung hier Meinst du einfach bei den ganzen Sprüngen? Zum Glück hat man deinen Besuch nicht Ist gut, ne? Habe ich mir auch gerade gedacht Aber wieso bleiben die noch vor meiner Tür stehen? Ich verstehe gar nicht Die können überall hin Oh, jetzt hat die mich gehört Scheiße Scheiße, die habe ich gehört Was ist denn genau los? Ja, das ist ja aber trotzdem in der Aufnahme Außer du machst dein Mikro aus Ach ja, ja, das kann ich jetzt aber nicht Ja, klar Das ist, hast du da aber nichts in deinem Ne, habe ich nicht Was für ein schlechtes Jahrzehnt hast du denn? Oh Mann, der ist voll riesig, ey Ich habe voll Angst vor dem Wem? Der ist zwei Meter groß, oder so Wer? Zeigt gerade dein Penis Nein So ein Bekater von uns Der ist zwei Meter groß Ah, so der zeigt den Penis, okay Boah, bist du pervers, René Der ist voll mega groß, ne? Ich habe gerade gesagt, ein Bekater von mir ist hier Und sagt dir, der ist zwei Meter groß Und was hat er? Der Penis ist zwei Meter groß Schwucht, ne? Denk man an Penissen Wie Huber Katza-Pedis ja oft, ja, wer macht ein Relais Nein! Doch Halt's Maul Halt's Maul Halt dein verficktes Maul Du weißt gar nichts zu sagen, kleiner Aufgeben Acht Minuten noch, Leute, acht Minuten noch Scheiß, kleiner Scheißaufgeber, ey Mist Ne, du musst noch acht Minuten leiden Scheißaufgeber Ja, okay, Pazzy Ne, Pazzy, diesem Stück Scheiße, ey Du wirst gleich so fail, ne, Pazzy Das ist bestimmt 300 GB oder so Nein, das sind keine 100 GB Okay Keine 100 Jetzt sind 250 oder so Oder 101 Ich würde schon falsch liegen, wenn es 100 wären Also, keine 100 Jetzt sind es 99,99 Das wär's Das wär echt übertrieben Dann hättest du aber recht Ja Ich hasse es Boah, ich hasse es Ja, hau mir nochmal, da, mit dem Wasser Ja, ich muss immer meine Wut rauslassen Nein! Nein! Ha, ha Hey! Leck mich, Pazzy Au Oh, sorry, Rene Hey! Hey, wir schlagen uns, du schlagen uns, du schlagen Hey, wieso schlägst du mich? Hey! Das passiert, wenn wir 15 Minuten länger aufnehmen Sieben Minuten noch Oh, Gott! La, 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 la Ach, Abgangslo Was willst du? Probleme anfangen Dann bist du Boah, dann bist du genau bei mir richtig Ich bin nämlich gerade zu auf 180 Wegen dieser scheiß Challenge Hör doch bitte auf, Rene Mann! Boah, du fetter, Idiot, hör auf Boah, Rene, du bist scheiße Ich fette hier zu lang schlafen, bis du stirbst Ha, ha 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 Boah, wieso schaffe ich das? Ich mache nicht mehr alles in der Rene Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Das ist voll witzig gerade Ha, ha Was, Sarah, bitte witzig Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ey, nur noch 5 Minuten Flo Ja Für 6 Minuten 5 6 Ich weiß ja nicht, wie deine Uhr geht, aber es sind nur noch 5 Bei mir sind, äh, 9 Bei mir ist 9 Ja, komm Ja, los, Florian, los, Florian, los, Florian, los Florian, los So, aber, komm schon, du packst jetzt die Challenge Als ob ich schaff' diesen Drecksprung nicht Ha, ha Wo bin ich denn? Scheiß, wie soll ich denn wegkomme? Wo bist du denn? Wo bist du? Nin, nanan, nanan... Batman Batman Man, ist nudig, kind of me Und macht ihr auch einen auf Gekko? Nein, ich mach' keinen auf Gekko Batman Leuchte auch die Wände entlang moet Weiß ich nicht er wacht auf gekoelt ein geko vielleicht ja sagt er ja wer machten auf geko ein salamanter nein das floren auch so ich weiß nicht wie das klappen soll ich weiß es einfach nicht ich wünsche ich käme da mal wieder hin dann würde ich dich darunter hauen nee, hast du schon gesagt, ihr seid schon quits, hast du gesagt ja dann würde ich wieder eine Prügelei anfangen ist mir doch egal Schlägerei, Schlägerei, Schlägerei Prüggel, 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 das habe ich gesucht ja, endlich mal jetzt guck, wie ich den mache warte, ich kann das warte bitte, bis ich da bin sammel dich nochmal okay, das sammel dich sehr lange, okay ja, 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 ich na, haha warte, ich könnte jetzt wenn ich das hier jetzt schopfe nicht dorthin kommen so, guck doch jetzt, guck warte, ich komm jetzt da hin wäre witzig, wäre der jetzt verkackt egal, ich guck jetzt einfach warte, ich komme nein, jetzt verkack ich den, ey ich hab's doch gesagt aber man muss an den Leitern entlang rennen, oder? ja, und dann ganz schnell drehen und dann abspringen dabei auch noch boah, sag an wir sind noch drei Minuten dort bei euch ja, drei, ja dann ist jetzt diese Qualio vorbei und dann sagt Patty, nee, komm, wir machen ja es noch bis 16 ja komm, bis 16 Uhr ist er nicht nein komm, bis 17.30 mhm, läpp mich bis 17.35 und 46 Sekunden, okay nein, dann wäre ja wieder eine ungerade Zahl nein, dann wäre das bestimmt so 101 Gigabyte ah, wieso hüpf' ich denn noch? nach der Aufnahme bin ich gezwungen, nur noch zu rendern und auch hochzuladen weil irgendwann muss auch was gelöscht werden ja ach Gott, wieso schaff' ich den jetzt nicht mehr boah, los, los ich hasse ey, ich geh mir ja dreck, ey bei mir sind's noch zwei Minuten ja, bei mir auch ich kann nicht mehr ich auch nicht ey, die Lust so, die Lust hat so nachgelassen, ne das ist so unglaublich schon noch fünf Pauli, aus Lust abgelassen hat schon noch fünf Minuten ne, da hat sie noch richtig Bock, ey, aber oh mein Gott kriegen wir gar nichts mehr geschissen wo ist Flo eigentlich ach da ne 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 okay, ha jetzt kriegst du das geschissen, Flo das war's deine scheiß Fresse, ich hasse sie okay, ich halt schon mal ich, ich halt schon mal oh, 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 guck mal nein, 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 nein okay das war, das war's für das war's fürs Erste bis zum nächsten Mal mein Welcome to Adventure Maps bei mir ist hole hole